ARD Text im Auftrag von Funk Ey, das gibt's doch nicht! Irgendwas blockiert mich da! Du hast es direkt vom ersten rüber geschafft, ne? Ja Oh, rückwärts gelaufen vom Pfosten runter Aber man sieht, dass es jetzt langsam klappt beim Springen Ey, ich komm doch nicht rüber Alah Es ist hart! Nein! Nein! Ich hole mal den Kopf Ey, das gibt's doch nicht Ich glaub, ich mach den regulären Weg Äh Äh Ah, nein! Oh, da muss ich rechts, rechts Noch mal rechts, okay Es ist schade, so um die Ecke sieht man manchmal die Leiter nicht Ja, da muss ich mit F5 spielen Oh, noch auf der Leiter mit F5, ey jo Und die Ruf Oh oh Nein! Scheiße! Jetzt wird's auch gut anfallen Hä? Iiiihihi Nein! Nein! Leider Battle. Nein! Es gibt Gas. Ja. Ich bin noch drauf. Ja, ich bin noch drauf. Und ich geh ab. Oh, verdammt. Schon wieder? Geh weg! Einfach rückwärts, Leider. Ach, scheiße. Nein! Bäm, 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 bäm! Hier! Ja, jetzt! Nein! Ach, Menor, ich hab jetzt gedacht, ich schau mal vorüber. Aller wegen... Hier hab ich mal keine Äpfel mehr. Nein! Verpiss dich, Mann! Oh, Mann! Oh, jetzt bin ich auf. Oh, jetzt bin ich auf. Auerbrennen. Nein! Oh, ich komm aus. Ich muss dich erst vollfressen, vorher lass mich nicht hoch. Oh. So, jetzt bin ich dran. Geh weg. Ich hab das Gefühl, wir hängen hier wirklich sehr lange. Oh, nein! Oh, ich hätt's jetzt geschafft, Alter. Ah! Fuck! Ich lass dich jetzt erst mal. Okay. Manchmal haben wir es sonst eh nie geschaffen. Ja, das ist grad... Alles so eng beieinander, weißt? Wir können uns in den einen runterfüllen, den anderen runterschlagen. Ich guck... Ah! Drecksack! Nein! Ich lass dich jetzt. Okay. Ja, klar. Du lässt dich jetzt, wenn ich drüben bin, aus. Du bist halt, du Drecksack. Ich schaff's doch nicht mal jetzt. Jetzt brauch ich gar nicht. Du brauchst ja nicht mal den ersten Punkt. Jetzt geb ich Gas. Ah, verdammt! So weit war ich noch nie. Oha! Hier ist grad ein Witz eingeschlagen. Hast du das nicht gehört? Ja. Krass. Hab ich noch nie gehört. Oha! Ich war voll in der Nähe. Oha! Das ist echt hardcore grad die Stufe. Oha! Ich mach was oben ey! Oh, jetzt habe ich vergesst zu drücken. Brutal, gell, gerade, ey. Ja, den scheiß Parkour jetzt schon auswendig, da die ersten 20 Stück. Ja. Oh. Ich raff das nicht, dass man die Leiter nicht hoch guckt. Wenn man ganz leicht nach oben guckt, dann geht er trotzdem nach unten. Ey, du musst irgendwie dagegen laufen, dann läuft er dran. Also, nee, dann geht er hoch. Ja. Oops. Hu! Ich lass dich mal vorbei Ich bin gerade mal bei der Hälfte, ey, brutal Boah, nein, ich wäre doch oben gewesen, scheiße Also bin ich auch hängen geblieben Und hab's dann verrafft und bin noch weiter runter gefallen Bis hierher ist kein Problem mehr Und dann, hier, verkack ich's meistens Obwohl es genau der gleiche Sprung ist wie drüben Was ist das denn, was ist das denn, was ist das denn Ich will nämlich verarschen Noch weiter Na ja, noch eins rüber Oh, alter Ich kapier das nicht, warum der manchmal einfach eine Runde fällt Muss ich jetzt Muss ich jetzt da hoch, ne, doch Ne, hä Oh, nein Was war's oben, hä Ja, ja Ach du Scheiße, da müssen wir dann da rüber Ach du Scheiße, okay War jetzt noch drei Sprünge oder so vom Ziel Ah, ich kann nicht mal rennen Oh, Alter, das geht so weit nach oben Weil ich das ohne Shift hinkriegen würde Dass ich um die Ecke springen Mach ich die ganze Zeit, ohne Shift Ohne Shift? Ja Ich drück nur W und hüpfen Weil das ist der Hauptgrund, warum ich runterfalle Weil er da manchmal so schnell ist Ja, das kannst du mit Na, ich hätte es jetzt schon Ja Äh, du kannst einfach ganz normal rüber um die Ecke hüpfen So mache ich sie ganz leicht Das macht es nämlich jetzt schon wieder einfacher, hä Jetzt habe ich dir wieder einen Tipp gegeben, hä Jetzt machst du es gleich wieder Ne, ich hätte es jetzt eh ausprobiert Ah, okay Als mir ging ich an der Leiter Hab nach vorne gedrückt Und bin trotzdem runtergegangen Das, was ich meine Das ist schon ein paar Mal passiert Ja, da bist du halt nicht richtig drauf, denke ich mal Du bist zu weit unten drauf, wahrscheinlich Oh, immer das gleiche Eck Wieder verraffte Nee, ich habe es versucht Aber manchmal Ich weiß auch nicht warum Dann läuft das so schnell rechts links Ja Obwohl ich gar nicht rechts links rück Ich glaube, wir kriegen die Stage heute hin Leute, es wird gerade ein bisschen langweilig Sollen wir einen Cut machen? Sollen wir schneiden? Nein, nein Das schaffen wir Sollen wieder Sollen wir mal an die Leiter dran Wir hübschen hoch Die Teilen wir euch da hoch Ach Geht's jetzt wieder los, hä? Der Apfel ist mir ausgerutscht aus der Hand Ah, ja So sieht das aus Ach, du Faner Was ist denn jetzt? Jetzt packt's jetzt back in der Wand Wie geil Ach, verdammt Jetzt bin ich gerannt Anstatt zu hüpfen Jetzt mach ich's einfach mal Bei der nächsten Runde Einfach mal den Procours mach ich jetzt mal so Mit links Bei der nächsten Runde meine ich das Das muss ja nur einer schaffen, dann ist schon vorbei eigentlich Theoretisch Konzentrier dich mal, Bayer Hab mal noch ein paar Äpfel gut Was ist denn jetzt hin? Ein bisschen Da kannst du fast ganz hoch und dann musst du irgendwann rüberspringen auf den anderen Turm wieder Okay Jetzt muss ich da rüber Nein Oh, nee, oder? Die vorletzte leider Hab's mir grad angeguckt Oh, nee, oder? Oh, nee, oder? Alter Mach immer das gleiche, aber manchmal doch nicht, ey Äh, nach hier rum Oh, nee, oder? 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 Bis zum nächsten Mal.